Namaste! Herzlich Willkommen zu einem neuen Bollywood Reaction Video mit TK und heute gucken wir uns von Dabang 3 Munabatnam Hua mit Salman Khan. Wir haben vorhin ein Video zu Carina Kapur gemacht und da war auch ein Lied von Dabang 2 und zwar auch ein sehr schönes Video, da war auch Salman Khan und ich bin jetzt gespannt was jetzt in dem dritten Teil ist. Ist er neu raus, hat 30 Millionen Klicks schon. Ich bin schon gespannt was uns erwartet. Wow, die Autos ist schon mal richtig geil, das weißt du. Salman Khan. So war auch richtig geil von oben nach unten. Ey, wenn das mal nicht heiß ist. Wer ist das? Habe ich mich auch. Ok, die Augen waren schön. Ich finde die Stimme jetzt irgendwie nicht so, aber... Habt ihr gerade eine Rose gefressen? Ich finde die Autos ist geil, diese Zylinder. There you go. Ich schreibe schön. Das Setting ist auch okay. Okay, das ist ein geiler Huf mit dem Böthel. Ja. Hey, hey. Oh, nice. Weint. Ich finde seinen Schnubbern süß. Oh, what the fuck? What the fuck? Hey, hey. Okay. Okay. Interessant. Und zwar sehr interessant. Eine Woche und 30 Millionen Klicks. Not bad. So was würden wir uns auch gerne wünschen. Stimmt. Ja. Ich fand das Setting und so war sehr, sehr schön. Kurier war auch lustig. Ja. Und ja. Ja, da stimme ich dir nicht zu. Ja. Wie fandet ihr das Video? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Und habt ihr weitere Vorschläge? Was gibt es Neues in Bollywood? Könnt ihr gerne schreiben. Dann sagen wir tschüss. Aber davor vergesst nicht zu liken. Zu abonnieren. Und kommentieren das Wichtigste. Genau. Und dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Video.